Ich denke speziell in der ersten Halbzeit hat man deutlich gesehen, warum Leipzig momentan nicht der Lieblingsgegner ist der anderen Bundesliga-Mannschaften. Es wird insgesamt für uns ein weiter Weg, ein steiniger Weg sein, diese Aufgabe zu bewältigen. Aber wir werden in aller Ruhe die Situation, die Spiele analysieren, die nächsten Trainingseinheiten sauber und konsequent durchführen, so dass wir Schritt für Schritt in die richtige Richtung kommen werden. Es ist jetzt eine Phase, in der wir die Mannschaft kennenlernen und in aller Ruhe wir uns auch ein Bild machen. Die Zeit nehme ich mir auch, da wird keine Hektik entstehen. Aber die Saison ist gerade mal ein Drittel gespielt und wir haben noch genug Zeit vor uns.